Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming Freunde, hier sind wir wieder bei Goodie Games und hier sind wir mit einem weiteren Trophäen-Guide zu Uncharted 4 und zwar findet das Ganze statt in Kapitel 11 und zwar seid ihr innerhalb der Storyline dazu gezwungen dieses Rätsel zu lösen und ihr könnt dann jedes Mal Fotos machen für euren Bruder um ihn zu schicken und statt ein Foto von unserem Bruder, für unseren Bruder zu machen, fotografieren wir Sullivan. Wir müssen ein bisschen die Kamera auf ihn drauf halten, das hat jetzt noch nicht gereicht. Genau, jetzt sagen wir ich mal, soll bitte lächeln und soweit ihr dann wirklich lächelt, drücken wir ab und kriegen dafür die Trophäe Fotoshooting. Schnell und einfach, wenn man weiß, dass es das gibt. Wenn euch der Guide gefallen hat, da ist die Trophäe aufgepoppt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert auch den Kanal, dann verpasst ihr hier nichts weiteres zu Nathan Drake Uncharted 4 und ich denke mal, es kommt hier ganz ganz viel. Bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.